Carreira 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 Funk & Soul straight from Nürnberg Fünf Musiker, die die Liebe zum Funk & Soul miteinander verbindet Carreira 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 Mit unseren Songs geht es um alles, was mich bewegt, um jegliche Themen, Liebe, Freundschaft, die Eitelkeit anderer Menschen. Wir versuchen einfach die Leute abzuholen, denen unseren Spaß am Spielen, den Funk und den Soul zu vermitteln und einfach eine gute Show hinzulegen und jeden beim Konzert zu begeistern. Mir ist es auch in unserer Musik besonders wichtig, dass sich die Leute dazu bewegen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Konzerte, in denen die Leute nur still da sitzen und nichts machen. Ich möchte das sehen, dass sie mitgehen und dass sie sich nicht mehr stillhalten können. Und das ist es jetzt auch eigentlich schon. Wir wollen jetzt auf die Bühne und das Ding rocken, weil die Leute warten und es wird geil. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ausgesehen vonalandieren. Der��, der und den�� so sehr schwer wird neu ist. Aber er ist eine große Frage, weil die Beine und die Beine und die Beine am можно Untertitelung des ZDF, 2020